Was willst du nach der Runde machen? Bist du nach der Runde weg oder was? Geh nach der Runde mit nem Hund raus. So. Und danach wollte ich eigentlich kurz joggen gehen. Aber ich will nicht, dass die Runde schon vorbei ist. Ich will, dass wir gleich Military Base Loot kriegen und die Runde gewinnen. Wow, what a plan! Da müssen wir mal gut sein für, ne? Hä? Ich mein, das ist doch der... Hat einer Granaten? Ja. Da kommt einer. Motorrad. Ich bin bereit. Er steigt aus. Wie er steigt aus? Er fährt. Ne, ist gut. Ja? Da kommt noch einer gelaufen. Wann Granate werfen? Schnapp! Das könnt ihr nicht! Steck die weg, steck die weg, steck die weg! AHHH! NO!